Die Gummibären, die sind doch überall. Man bekommt den super Trank. Gummibären. Bande, yeah. So, dann gehen wir Tilletower. Yeah, man. Können wir gerne machen. Ja, machen wir auch. Licht an. Jetzt wird geschwitzt. Was für Heizung auf 5. Licht wird angemacht. Ich hoffe mal, wir sind jetzt direkt erst da und kriegen richtig guten Stuff. Ich weiß nicht mal, ob ich da bis dahin komme. Ich hab's auch gerade so. Lass dir vorne, lass dir vorne, lass dir vorne. Hier vorne? Okay. Dann gehe ich ins Rote. In das Rechte. Juvia, rechts. Digga, man. Jetzt wird es langsam komisch, ne? Kach. Oh, ich hab einen Pini. Zack. Armbrust, bruh. Kranker Stuff auf jeden Fall. Komm mal her. Ich würde jetzt so auslassen, aber ich lass es. Ich war noch ganz kurz am Duten. Er ist echt. Überall. Echte Mauer. Deswegen sollst du dir mal herkommen. Schon wieder ein Armbrust. Oh, von den Granaten. Schönes Ding. Ich sag's doch. Ja, endlich mal. Was denn? Eine Pumpgun, wenigstens etwas. Wenn du mal herkommen würdest. Komm doch gerade. Irsch, bin da. Halt, warte mal die Verbände. Ganz wichtig. Erstmal. Dankeschön. Kann ich die Pumpgun haben? Ja, ne? Danke. Warte, bleib hier. Bleib da stehen. Erstmal. Fragst du mich was? Okay. Ähm. Darf ich durch diese Tür? Klar, hier. Echt jetzt? Komm mal her, ich wollte noch was anderes machen. Darf ich durch die Tür? Klar. Gut, verpiss dich. Hä? Lol. Ich bin immer noch an der Tür. Ja, aber... Warte mal, warte, warte. Ja, jetzt hat's geklappt. Weck gestoßen. Bärchen, mach Tackle. Boom. Oh, nice. Also, bei mir läuft gerade. Ich würde sagen, wir gehen direkt rüber, macht den Stress. Da oben ist nichts, ich hab da alles. Okay. Sehr gut, dann do it. Bin bei dir. Hast du ihn gesehen? Ja noch. Ja. Okay. Oh mein Gott. Hast du das gesehen? Oh mein Gott, wie nice. Wie lange haben die denn überlebt, bitte? Digga, nicht lange noch. Digga, das war ein Double Headshot, ne? Mal ohne Witz. Das war ein Headgear Double. Digga, das ging jetzt richtig schön schnell. Das war cool. Easy. Oh mein Gott, was ist denn los? Ich hab den überhaupt nicht mitbekommen. Ich dachte, das wärst du, der mir wieder entgegenjumpt. Hier liegt den blauen, der blauen. Hab ich schon, hab ich schon. Achso. Komm, lass mal hier weg. Ich hab irgendwie voll Angst. Ja, Digga, wie egal. Hinter mir, hinter mir, hinter mir, hinter mir. Oh, lass dir rein, lass dir rein, lass dir rein. Ich bin bei dem. Ich bin mit dem Gunfight. Hab ihn. Schönes Ding. Was ist denn? Auf mich geschossen? Komm her. Oh Gott. Oh, ich glaub, meine Heizung ist irgendwie auf fünf. Ich schwitze ganz schön. Er hat mir einen mitgegeben Gebe ihm Schönes Ding Oh mein Gott, bei mir ist noch einer Gummibär Ich hab ihn, ich hab ihn Jawohl Gummibär schlecht Zwei Leben Ich bin tot Nein Weil er mir einen mitgegeben hat Oh, wie böse Oh, die Runde war so gut Nein Digga, was hier liegt So, Maul, leider Oh mein Gott Oh mein Gott Was ist hier los, Digga, Bratan Maschala Ich werde das so ein bisschen Das mit dem Keine Ahnung, was ich jetzt Also was für geile Sachen gemacht habe Ich werde das irgendwie jetzt Davor noch mal so ein bisschen einschneiden So, ich mach jetzt abspeichern Dann kannst du das auch mit einschneiden Äh So kannst du das Ja, klar, ja Wie viele Kids hast du? Ich hab nur einen gehabt Okay Guck mal, was hier so noch läuft Gegner haben wir schön geholt Schön geraped Wie viele hattest du? Ah, nee, konntest gar nicht nachgucken Ich hatte nur einen Einen? Oha Ich hab so eingekillt Und der anderen war immer nur Support Kannst du meine sehen? Ne Also ja, klar Options 7 Ja, Digga Da gönnt sich der Papa, Buddy So Da ist noch ein Lootballon da hinten Siehst du ja Oh mein Gott Was ist hier los Bratan Oh mein Gott Ich weiß noch nicht, wo ich hingehen soll Du kannst mir ja sagen, wo ich hingehen soll Vielleicht finden wir da ein paar Gegner Ich seh ja keine Karte und alle Achso, ja Ich drück Aber ansonsten seh ich nicht Wenn ich lauf geradeaus Rechts Ja Okay Da ist doch dieser Mini-City da Diese Mine Kannst du mal ein bisschen rumlooten Egal, wir öffnen noch den Lootballon Wirklich schon Da ist jetzt nämlich was richtig fettes dran Und zwar ein goldener Raketenwerfer Ja Oder eine goldene Finnegan Oh, Digga Oh, bin ich gut? Bin ich gut, ja? Seth Jawohl Ja, moin, Digga Pass auf, dass du dich überstehst Digga, ich hab das nämlich so gemacht Ich hab so Amazon Prime so Und hab dann schon mal bestellt Und die haben jetzt schon geliefert Das ist geil, oder? Digga, Leute Amazon Prime Als ob Digga, die liefern richtig gut Und die liefern sogar Waffen Geil, nice Auch ein goldverdessen Raketenwerfer Ami Nur, ich will keine Gegner mehr Das fuckt mich irgendwie ein bisschen ab Ah, hier unten Ah, guck mal, wie sie sich da einbauen Doch, doch Doch, meinst du? Ja, ja Oh mein Gott Das waren, das waren 10 Schaden Oh, pass auf, dass die dich jetzt nicht holen Schießt immer Raketenwerfer gegen Oh mein Gott Na, und jetzt auf Sniper erst eigentlich gehen Heftig Da ist einer schon mal weg Genau Und den hast du Oh mein Gott Krass Heftig Digga, nice Na, heiß Na, heiß, Junge Echt? Wasser heiß? Echt? Geil Da, Minigun Snipper, Mad Kid Okay Pulsbomben, alles Kann sich zubomben Noch 30 Gegner Vielleicht schaffen wir das, ja 28 Wäre jetzt geil Oh, Digga Das wäre richtig heftig, Mann Vor allem, das waren zwei Teams, ne? Kann das sein? Mhm Das waren nur zwei Die haben sich nämlich gerade gegenseitig abgeballert Digga, meine Muni Die läuft echt gut, ne? Da kann man sich echt beschweren, kann man sich da normalerweise eher weniger Digga Zwei Mad Kills Blaues Sniper Goiner Raketenwerfer Goines GH und grüne Shotgun Digga, mein Loot, der läuft Kann mich echt nicht beschweren, Digga Mies heftig Ohne Witz Du magst Minigun gar nicht so, wa? Ne, ne Oh, da vorne ist ein Gegner wieder Ich sehe jetzt zwei Am looten Die sind beschäftigt Noch Noch Guck mal da Oh, wenn ihr jetzt Sniper hättet Ist nur jetzt ein Handy geben können Okay, der ist weg Der ist mein Gegner gegenseitig Lol Da, 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 da Zwei Leute Fall doch um, Digga Den hast du, komm Ja, du hast den Otto gekillt Oh mein Gott Mach sein, Otto Ja, Mann Digga Zwölf Kills Alter Was läuft hier gerade, bitte Was läuft hier, laden Jetzt haben wir rasieren Lilanes GH, Digga Alles Hast du noch Schilddrecke gesehen? Ne Hätt's nicht drauf gehalten Oh mein Gott Gucken wir ja immer nach So, was seltenheitsgradmäßig Alles immer angeht Gucken Raketenwerfer Boom Da liegen noch kleiner Aber die ist jetzt zu spät Die euch leider schon genommen Das Boogie Holz Oh mein Gott Was läuft hier gerade? Digga Wie viel Schuss ich einfach hab Alles, ne? Das glaubst du mir gerade nicht Du liest grad außerhalb der Zone Ja, ja, dankeschön Dankeschön Egal Wir haben jetzt zwölf Kills Ja Guck mal 21 sind's noch Guck mal, da sitzt einer Ich seh's Der guckt dich gerade an Oh, jetzt hast du das Huhn aufgeschreckt Jetzt musst du es auch beseitigen Ja, ja, ich hab nur ein bisschen Angst Ja, hinter halt, ne? Ja, alles klar Der macht mir irgendwie ein bisschen Angst Ich hasse das auch Du kannst mich da jetzt nämlich nicht lang bauen, ne? Wir machen anderen Oh Nice Hast du Jetzt finische mit Sniper Nehm normal Oder so Nice Heftig Bei den Schilddinger Bei den Granate Oh mein Gott Hier war da noch ein Gegner, oder? Weißt du, wo der ist? Da sitzt doch auch einer Ich weiß es leider nicht Ich hab's ja auch nicht gesehen Oh mein Gott Das Ding ist Oh Ah, Glück gehabt Digga, ich brauch gar keine Muni mehr Ich muss gar nichts mehr aufnehmen Ja, du musst aber auch gleich da weg In 30 Sekunden Wollen wir mal gucken Vielleicht sitzt der hier irgendwo Ich lass mich gleich von hinten holen Weißt du, wie ich mein? Oh mein Gott So Laufen wir schon mal langsam los Oder wir machen uns ganz bequem Da ist er, da ist er, da ist er Ja, warte, chill Alles gut Oh Gott, ja Ich dachte gerade, du hast ihn nicht gesehen Links bei dir wird auch gebaut Alles gut Erstmal weg hier Okay Alter, da sind drei Kisten Ich fick mein Leben Wo? Rechts im Tower Vor, gerade auch so jetzt Da in den Tower sind drei Kisten Die haben gerade richtig geleuchtet Kann man, wenn ich mich jetzt gerade irre Aber rechts von dir ist ein Tower So ein Chinesischer Ja, warte, warte Hier sind auch noch Gegner Ich meine, da hat es richtig drin geleuchtet Ey, hier war es doch gerade eben, oder? Ja Ach nee, da wurde schon gelootet Ah, da sind mehrere Das wird echt brenzlig Okay, komm Nice Okay, nice Direkt finischen Gucken, ob die von hinten kommen Ja, jetzt juckt es ja nicht, wenn du sofort finisht Oh mein Gott Da in dem Tower ist er auch noch weiter, ne? Oh, warte Jetzt schießt gerade einer Ich weiß noch nicht, wo der ist Komm Elf Leute Also insgesamt noch zehn Da, Weinstein Schade Ich hab ihn Bro, er hat gar kein Leben gehabt GG 15 Kills Heftig Richtig, geil, Runde Digga, wenn ich jetzt einen Sieg mache, ne? Ich flippe hier so aus Naja, das wäre schon richtig geil Von wo schießt der? Wo ist der? Ich sehe es nicht Ach, von oben auf den Berg da, oder nicht? Ne, ich sehe keinen Warte Ich meine, da habe ich gerade den Schuss hergesehen Oh, hinter dir auch noch Oh Ist jetzt böse Links bei dir auf dem Tower Links Auf dem Berg Auf dem Berg Oh mein Gott Oh, wenn ich die jetzt einen guten geben, ne? Schimmer Ich muss mich jetzt echt konzentrieren Oh nein Schön in den Krieg geklaut Hast du gesehen? Ja 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 Der ist weg Oh mein Gott Der kommt da raus Ja, pass auf den auf Der flippt dich jetzt Da läuft auch noch einer Oh mein Gott Oh mein Gott Guck mal, die denken, dass ich noch im Tower bin Wie gesagt Wie gesagt, noch drei Leute jetzt, ne? Ja Ne, 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 ne Jetzt haben sie es mitbekommen Die Zone Ja Ja Ja, es ist Oh 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 mein Gott Runde 16 Kills Zu unterhalten Nächstes Mal Haut da rein Tschüss Bad S S S S S Vielen Dank.